wie ihr wisst lese ich ja immer alle kommentare übrigens vielen dank dafür und beim letzten video ist mir aufgefallen dass bottled b unser geschätzter freund und mitzuschauer gesagt hat dass ich immer wieder mal von dingen berichte die uns permanent bedrohen und von dem man vorher noch nie was gehört hat und aufgrund dessen dachte ich ich nehme mal ein anderes skript was ich geschrieben habe vorweg und wir sprechen heute mal über resilienz also das was der körper an sich doch gut aushält und genau deswegen geht es heute um die unglaubliche geschichte eines finnischen soldaten der es geschafft hat den umständen zum trotz nach hause zurückzukehren mein name ist der flachs und heute geht es um den finnischen super soldaten in der anfangsphase des zweiten weltkriegs schienen deutsche soldaten wirklich unbesiegbar zu sein während einer schnellen reihe von blitzeinsätzen gelang es ihnen in zehn monaten ziemlich viele länder um sich herum einzunehmen und zu besetzen und die britische expeditionary force komplett zu beseitigen die deutschen schienen fast zu übermenschlichen leistungen fähig zu sein ohne auch nur im entferntesten schlaf oder ruhephasen einlegen zu müssen und da passt es natürlich zur ns propaganda diese überlegenheit den arischen gehen zuzuschreiben durch diese ein solcher blitzkrieg erst möglich wurde der wahre grund für diese erstaunlichen fähigkeiten waren aber nicht etwa die gene sondern eine bestimmte substanz die den deutschen truppen verabreicht wurde und sie zu höchstleistungen brachte aber nicht nur die deutschen haben das bekommen sondern auch viele verbündete truppenteile friedrich hauschild war ein deutscher chemiker und pharmakologe der bei den temmler werken in berlin arbeitete er war 1937 der erste der med amphetamin synthetisierte eine wirkungsvollere variante des amphetamins dieses neue stimulans war verblüffenderweise sehr wirkungsvoll und sorgte dafür dass der anwender 48 stunden oder länger ohne schlaf oder anzeichen von müdigkeit operieren konnte ende 1937 kam das zeug auch schon auf den markt und es dauerte überhaupt nicht lange bis das militär seine augen darauf gerichtet hatte denn die deutschen streitkräfte arbeiteten zu diesem zeitpunkt an einer neuen militärdoktrin der idee des sogenannten blitzkrieges und dafür war es nötig dass man schnelle vorstöße in relativ kurzer zeit durchführen konnte menschliche insassen von panzern und transportern brauchten halt ruhe und schlaf ab und an mal beim blitzkrieg fehlt dafür allerdings die zeit und deswegen dachte die wehrmacht per vitin könnte die lösung sein und sie fingen damit an das aufzukaufen und an ihre truppenteile auszugeben zwischen april und juli 1940 der hochzeit des blitzkrieges im westen hat die wehrmacht ungefähr 45 millionen tabletten an ihre infanteriesoldaten und an die piloten ausgegeben insassen von panzern erhielten die sogenannte panzer schokolade also schokoriegel mit per vitin angereichert allerdings hatte das wundermittel auch ein paar nebenwirkungen neben dem dass es wahnsinnig süchtig machte unruhe paranoia und herzprobleme ebenso ein erhöhter blutdruck waren also ständiger begleiter der soldaten bei hohen dosen gab es sogar halluzinationen krampfanfälle und konnten bis hin zum schlaganfall führen kurzfristig sorgte per vitin also für den auftrieb den die nazi truppen brauchten um den blitzkrieg durchzuführen ab 1941 sank allerdings der verbrauch wieder weil dann wurden diese negativen erscheinungen deutlich das erst mal zum hintergrund doch jetzt schauen wir mal nach finnland im november 1939 startete die sowjetunion sozusagen eine winteroffensive nach finnland rein ungefähr bis märz 1940 eigentlich hatten damals alle damit gerechnet dass die sowjetunion dieses land einnehmen würde aber die wirklich hartnäckige verteidigung der finden hat dafür gesorgt dass 1940 ungefähr im märz ein friedensvertrag ausgehandelt wurde leider hat finnland aber trotzdem einen teil des territoriums verloren und die angst vor einem weiteren angriff der sowjetunion hat sie in die arme von deutschland getrieben als dann die deutsche armee 1941 den marsch auf russland begann da war finnland sozusagen einer der wichtigsten verbündeten deutschland versorgte seine verbündeten natürlich mit flugzeugen ausrüstungsgegenständen und munition und natürlich auch mit pervitin was die deutschen selber nicht mehr in großem ausmaße nutzten anfang 1944 lief es dann nicht mehr so gut für die deutschen denn der marsch in russland rein hatte viele opfer gekostet und die rote armee drängte die deutschen immer weiter aus dem territorium heraus in finnland wurde auch der kampf immer verzweifelter weil die deutschen nicht mehr so viel ausrüstung und munition liefern konnten im märz 1944 brach eine kleine ski patrouille aus finnland in richtung nur manns in der sowjetischen zone auf ihre mission bestand darin tief hinter den feindlichen linien zu spähen und ihre truppe wurde angeführt von dem 26 jährigen unteroffizier und skilehrer aimo alan kuivinen am 18 märz 1944 geriet diese kleine gruppe in einen sowjetischen hinterhalt und ihre einzige möglichkeit des überlebens war die flucht weil sie zahlenmäßig unterlegen waren aimo kuivinen war damit beauftragt worden voranzugehen und eine bresche in den tiefen schnee zu schlagen an denen die anderen dann folgen konnten es gab jetzt nicht wirklich die möglichkeit sich vor den sowjetischen verfolgern zu verstecken und die einzige möglichkeit die sie hatten war schneller als ihre verfolger zu sein die natürlich ihren schnee spuren folgten neue spuren durch tiefen schnee zu ziehen ist wahnsinnig anstrengend und das merkte nach einer zeit auch kuivinen der ziemlich müde wurde er durfte aber natürlich nicht anhalten das wäre der sichere tod gewesen und deswegen erinnerte er sich an die packung per vitin man hatte ihnen für die mission eine packung mitgegeben 30 tabletten für jeden soldaten eine und er hatte das vorher noch nie genommen er wusste aber dass das zu einem energieschub führen würde kuivinen trug dicke handschuhe doch trotzdem waren seine hände taub gefroren von der ständigen kälte die auf ihn einprasselte es gelang ihm zwar die packung zu öffnen aber nicht eine tablette für sich da raus zu fingern und da die sowjetischen truppen relativ nah hinter ihnen waren nahm er die ganze packung und schüttete sie sich rein wie smarties sofort merkte er die wirkung und er begann sofort loszulaufen und eine neue spur durch den schnee zu ziehen seine mannschaftskameraden folgten ihn und kuivinen fühlte sich voller energie und richtig gut doch irgendwie merkte er immer wieder wie sein bewusstsein langsam abdriftete in einen blackout später sagte er er konnte sich nicht erinnern was in den folgenden 24 stunden geschah als er wieder zu sich kam war er 100 kilometer weiter gelaufen war völlig allein und wusste nicht wo er war er hatte seine sowjetischen verfolger weit hinter sich gelassen aber leider auch seine truppe und er stand plötzlich mitten in der wildnis hatte keine ahnung wo er ist und hatte auch keine waffe dabei die hatten ihm nämlich seine kameraden abgenommen als sie bemerkt haben dass er plötzlich ein bisschen geistig komisch wurde er marschierte also einfach weiter in richtung westen in der hoffnung irgendwann auf finnische linien zu treffen und stolperte irgendwann über eine blockhütte dort ging er rein und er machte ein feuer an und vermutlich aufgrund des amphetamins was noch in seinem schädel war machte er das feuer innerhalb der blockhütte und nicht in der feuer stelle er legte sich also neben das feuer und fiel in einen art dämmerzustand woran er sich erinnern kann ist dass das feuer immer näher kam und er immer mal wieder hoch schreckte und ein wenig weiter weg rückte irgendwann schreckte er dann hoch als die ganze hütte in feuer stand und er schaffte es mit mühe noch dieser brennenden hütte zu entkommen und schon stand er wieder mitten in der wildnis weiter ging es natürlich für den delirium mäßig verpeilten kuiwunen in richtung westen und irgendwann stolpert er über ein deutsches lager was verlassen war er durchsuchte natürlich sofort das lager nach nahrung und nach munition doch eine versteckte sprengfalle riss ihm den halben fuß ab kuiwunen bemerkte das allerdings nicht so stark denn das pervitin hatte ihn immer noch in seinem griff und er stolperte weiter nach westen trotz seiner verletzung gelang es ihm noch ein tier zu fangen was er dann aß und er marschierte weiter richtung finland und wurde dann irgendwann von einer patrouille aufgelesen als er gerettet wurde am ersten april übrigens wog er noch ungefähr 43 kilo und sein herz hatte einen rhythmischen schlag von 200 schlägen die minute ein normales herz schlägt ungefähr 60 bis 100 mal als seine epische reise rekonstruiert wurde stellte man fest dass er ungefähr 400 kilometer teils unter feindfeuer und hinter den feindlichen linien unterwegs gewesen ist trotz seiner verletzung und dieser wahnsinnigen tortur und dieser überdosis pervitin die jeden anderen wahrscheinlich umgelegt hätte er holte sich kuiwunen komplett und vollständig diese geschichte war relativ unbekannt selbst in finland übrigens bis 1978 eine zeitschrift dazu aufgerufen hatte die wahnsinnigsten geschichten aus dem zweiten weltkrieg einzuschicken kuiwunen schrieb seine geschichte aus schickt sie hin und gewann nur den zweiten platz tja zumindest hat er was zu erzählen und ihr seht manchmal ist unser körper relativ widerstandsfähig wenn es darauf ankommt vielen dank fürs zusehen passt auf euch auf und keine macht den drogen macht's gut bis dann ich habe die story übrigens meiner freundin erzählt und die ist ein wahnsinniger titanic fan und das hat sie geantwortet es erinnert mich auch ein bisschen an die story von dem becker auf der titanic kennst du die er hat sich so vollgesoffen dieser nacht dass er so viel adrenalin im körper hatte da obwohl er geschwommen ist die ganze nacht trotzdem nicht erfroren ist so wie alle anderen man muss also nur genug substanzen schlucken oder die richtigen substanzen du überlebst alles wisst ihr bescheid